Jetzt versuche ich nochmal wieder ein Video zu machen, weil das letzte Video in mein altes Telefon verschwunden ist. Also wir machen jetzt im Regen noch immer ein Feuer. Jetzt wird ein anderer Gartenstuhl abgefackelt. Ja, das ist schon ein Scheetlaat. Nein, nein, ich bin jetzt noch nicht. Oh, nein. Das ist schon sehr heiß. Ja. Hier sitzt deine eigene Box in den Fick zu steken. Das ist schon sehr heiß. Das ist schon sehr heiß. Hast du es gefilmt? Ja, das ist schon. Kicken! Das ist schon sehr.